Wieder welche, ach du scheiße. Ey, wie viele sind denn das? Das ist voll überraschend. Lad nach, lad nach. Aber okay, wir haben es geschafft. Ach ja, das war so ganz gut. Was? Das ist noch gar nicht geschafft. Oh mein Gott, das wird voll knapp. Ach du scheiße. Ach so, und jetzt ist hier Onkel Poe und so. Ah, jetzt sind die Kollegen da, na geil. Ja, das müssen wir ja schon. Oh mein Gott, das ist verletzt. Wir brauchen einen Doktor, jetzt! Was ist das? Was ist hier? Mein Gott, vielleicht du willst du weg. before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding you personally responsible. Oh, thank God. Be clear. Okay, okay. Ist natürlich auch cool, draußen wird komplett alles voll geballert, direkt vorm Krankenhaus und die fragt, was ist denn hier los? Was? Was? Wieso denn das? Alter, und wir sind eine Stufe unter den Triaden. Ach du Scheiße, wir sind nur Stufe 4. Sozialarbeiterakte. Nehme ich schon. So. Ich weiß hier mal wieder nicht, was ich nehmen soll. Was haben wir denn hier oben? Schalten die, schaltet die Fähigkeit, aha, effektiver Waffen, was? Schaltet die Fähigkeit effektiver Waffenangriffe während eines Sprints frei. Ach so, so ein Kick mit Waffe oder was? Schaltet die, aha. Mehr Schaden und sind im Kampf robuster. Was geht hier unten noch? Machen sie einen Angriff nach oben, wenn sie niedergeschlagen wurden. Das ist natürlich auch extrem cool. Der Spieler leidet weniger Schaden durch Nahkampfwaffen. Ja, gescheiterten Konter schneller. Verpassen hier einen heftigen Ellbogenschlag. Ja, den werde ich mitnehmen. Und dann werde ich in die Richtung gehen. Weil weniger, weil Nahkampfwaffen, obwohl, das letzte hätte ich gerne. Das letzte interessiert mich nicht. Ich hätte gerne, die beiden hätte ich gerne. Und dann hätte ich noch gerne das. Der Rest interessiert mich nicht. Komm zum Treffpunkt. Ja, jetzt kriegen wir wieder von Raymond den Arsch aufgeblasen. Aufgerissen, meinte ich. Den Arsch aufgeblasen kann man auch mal bekommen. Na toll. Jetzt habe ich schon gar keine Lust, da hinzugehen. Wo haben Sie been? Stuck in Traffic. Das ist Honkho. Fuck, Raymond. Du denkst, das ist einfach für mich einfach? Ich weiß, du hast viele Jahre lang. Woy, mehr als wir in der Lage haben. Jetzt hat das Wetter. Es war ein Massacre, Raymond. Ein Massacre. Winston war ein Red Bull, sicher. But his wife, they fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, alright? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HK PD has ever had? Your best shot taking down the sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. Ha, it's so schön inszeniert. Jetzt hat man so leichte Rache-Gefühle. Ach, it's quält me. Wir haben keine Schuhe an. Warum haben wir keine Schuhe an? Haben wir die ganze Zeit schon keine Schuhe an? Oh. Oh. Ja, wir wollten die... Den Kontakt zur Mutter Natur nicht verlieren und den Boden wirklich, wirklich... Spüren. Ja. Deswegen haben wir keine Schuhe getragen. Was ist das für ein Scheiß? Warum habe ich ihm keine Schuhe angezogen? Oh, Mann. Schlägerset. Ja, das kann ja nicht wahr sein. 5% mehr Nachkampfschaden. Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte doch einfach nur... Mann, oh. Ach so. Ach so. Uh. Ansehen 6. Geile Sache. Da sind ja die Sets. Jetzt verstehe ich das. Aber da brauche ich Ansehen Rang 6. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Ansehensmissionen freigeschaltet. Schlägerset. Da ist ansonsten nur Schlägerset bei. Alles Ghetto oder was? Ähm. Yes. Geile Sache. Um 10% mehr Ansehen CP. Die tragen wir auch schon. Korrekt. Und ich habe keine Dings oder was? Ach so. Hahaha. Äh. Ach so. Das ist ja cool. Kabern sie Fahrzeuge. Nein. Oh Mann, ist das cool. Kabern sie Fahrzeuge in größerer Entfernung. Das ist ja witzig. Ich habe aber keinen Haken dann wahrscheinlich. Das ist ja cool. Darauf habe ich nie geachtet. Also ich wusste, dass es das gibt. Und ich habe auch immer dieses Nahkampfschlägerset angehabt. Aber irgendwie ist mir das bei den anderen Outfits nicht aufgefallen. Ich bin ja auch ein bisschen blöd. Die Hose gefällt uns zwar jetzt vom Styler überhaupt nicht. Aber das ist jetzt auch erstmal egal. So, haben wir eine Ansehensmission? Nein, haben wir nicht. Wir haben die Jade-Statue zurückbringen. Doch, haben wir. Yes, haben wir. Wir haben zwei hier. Da haben wir eine. Ja, da haben wir Cop-Mission. Yes, auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt mal kurz die Jade-Statue zurückbringen. So, ihr wisst, was das nächste ansteht. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Ansehensmissionen machen. So, einfach damit ich meinen Ansehensdrang immer weiter hochtreiben kann. Und neue Sachen freischalte und endlich mal die coolen Sachen tragen kann. Mittlerweile sind wir ja schon relativ weit. Aber ich möchte doch erstmal auch die geilen, coolen Karren tragen. Erfahren. Und das geht leider ohne den passenden Ansehensdrang nicht. Das ist das Problem. So, dann bringen wir mal kurz die Statue zurück. Scheiße, aber auch. So. Yeah. Ich bin auch West Coast-Nigger und so. Mal gucken, was wir jetzt schönes freischalten können. Boah. An important part of the collection. Ever think about going back to the States. No, it didn't work the first time. Why would it again? And the past goes with you wherever you go. So you will confront the past rather than run from it. Damn straight. I wonder, is the past something we can defeat? Or is it something we simply come to terms with? Ja. Sechs Statuen fehlen uns noch. What would you like to learn? Jetzt ist die Frage, was möchte ich lernen? Möchte ich entwaffeln sie Gegner nach einem Sprint-Tackling? Nein. Ach, als wenn ich... Ey, als wenn ich... Das merke ich mir eh nicht. Das glaubt ja... Glaube ich ja selber nicht. Jetzt haben wir hier einen Folgeangriff auf betäubte Gegner. Äh, das wäre schon ganz cool. Griff, finde ich, ja. Doppelter Kick, doppelter Folgeangriff nach dem normalen Sprung-Kick. Jumping-Roundhouse-Kick verursacht mehr Schaden. Hey, das ist zwar schon voll cool und so, aber als wenn ich das weiß. XXX und dann halten sie X. Ja, ach komm, machen wir einfach mal. Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Schaden kann's nicht. Obwohl... Der ist nicht so schwer, das ist ziemlich gut. Ich kann ja auch... Ich kann ja auch meine Dings hier. Aua, hör mal auf damit. Ey. Ich kann ja auch meine anderen Kombos noch. Also, dementsprechend. Ich glaube, ich kann... Eine Kombo hab ich, glaube ich, vergessen. Aber die mit dem Knie kann ich. Und den Folgeangriff danach kann ich auch. Das geht schon. Das meiste ist ja eh Dings. Ich meine, es ist ja eh nur kontern und dann irgendwas machen. So. Kannst du bitte da einsteigen? Jetzt fahren wir mal zu einer Ansehensmission. Nein, ja, nein, nein. Nein, nein. Ich möchte zu einer Ansehensmission. Danke. Da vorne. Ups. Verdammt. Was ist jetzt die Polizei? Aber die hat's natürlich nicht gemerkt. Es war mehr durch als bewusst. Ja, Beseitigungs-Serie. In dem Viertel fahren wir einfach zu wenig teure Karten rum. Das ist echt blöd. In dem anderen Viertel, in dem nächsten Viertel, da ist so viel was... Da müssen wir, glaube ich, auch mal einkaufen gehen. Da gibt's dann, glaube ich, höherwertigere Sachen. Also an Klamotten mit vielleicht mehr EP und so weiter. Das muss man dann mal herausfinden. Das ist ein großes Taxi, hä. Steht mir einfach im Weg. Das ist ein großes Holz. Das ist ein großes Holz. Das ist ein großes Holz. Ja, nehmen wir das total schlechte Fahrzeug, das hier total kaputt ist. Alter und der steht da einfach nur so rum. Ja geil, geil. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Ey, ich komm gar nicht drauf. Was machen Sie, um ihn so viel zu füllen? Nicht viel. Ich steh ein paar Fahrzeuge und sie sagten, dass ich ihn nicht auf der Türke steigte. Also sie haben mich geflogen und ich musste diesen einen Manns Gesicht kümmern, um rauszukommen. Ich glaube, er war der Bruder von jemandem im Porten oder so. In any case, sie sind ziemlich f***ing hostile. Wir sollten besser aus dem Territory bleiben. Ey, wie viele sitzen das? Ja, korrekt. Wo hab ich gehalten? Direkt vor dem Polizeirevier. Geile Sache. Ich fang genau vor dem Polizeirevier an rumzuballern. Korrekt, so gefällt mir das. So, die Autos sind gleich kaputt, das ist mein Problem. Die ist auch nicht von der Kaffee, oder? Vielleicht keine Munni mehr. Komm, 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 komm. Alter, lacht doch nach. So, war es das endlich? Ey, alter, was zur Hölle? Was zur Hölle mit dir? Ehrlich jetzt mal. Ey, sie kommen, da kommen immer mehr. Ich komm hier gar nicht weg. Und ich krieg's halt nicht vom Motorrad gekriegt, ne? Das ist einfach nur ein armechen Blech. Ich kann natürlich jetzt auch nicht einfach aus dem Auto in ein anderes springen, weil ich bin halt alleine. Äh, ich bin halt nicht alleine, das ist mein Problem. Gut. Sie sind weg, oder? Ich glaube, du hast sie verloren. Ja, sie sind weg. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Du hast mich gescheitert. Tschüssi, Kina. Geil, und wegen dem hab ich voll von Munni verballert. Na toll. Na toll. Es gab auch nicht so viel, aber das ist doch leider normal. Hey! Ey, alter, ich verfolge mich noch immer. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Und dann, dann... Naja. Gott. Ach, da vorne ist ein Gesundheitsschrank, der ist sogar hier relativ nah. Das ist ja super. Kann ich nämlich einfach mal... Einmal beten.